Schau nun mit wachem Blick auf das Bild vor dir. Mach dir bewusst, dass dieses Bild für die nächsten Minuten dein Gegenüber ist. Die Bildzeit ist ein Format, das einmal im Monat hier in der Neuen Galerie Graz stattfindet. Wir vom Team der Kunstvermittlung begleiten sie dabei. Es geht hier rein um die Bildbetrachtung, das heißt man nimmt sich mal bewusst Zeit für ein Kunstwerk, das man sich selber aussucht. Im Anschluss kann man dann auch gerne über seine Erfahrungen dabei sprechen. Vorwissen wird dafür keines benötigt. Also besuchen Sie uns sehr gerne zur Bildzeit und entfliehen Sie dem stressigen Alltag rein in die Neue Galerie Graz.